ja sonne nutzen solange sie noch da ist somit möchte ich jetzt heute einfach doch noch mal ein video drehen zum thema mythos rekuperation in der stadt haben wir jetzt gesehen dass der vorteil bei ungefähr 0,5 kilowattstunden auf 100 kilometer ist und jetzt interessiert es mich an der stelle einfach mal wie hoch der vorteil ist wenn wir jetzt autobahn beziehungsweise landstraße fahren dazu eine strecke ausgewählt richtung coxhavenhof und die a 27 und auf dem rückweg auf der landstraße wieder zurück so das war genau an der stelle wo ich jetzt hier gerade stehe vorbeikommen und das ganze fahre ich jetzt das erste mal mit im normalmodus ganz wichtig so wie es auch bei der stadtfahrt gemacht habe und im zweiten step mit voller rekuperation die heizung steht auf auto wir haben 23 grad aktuell draußen ich rechne mit einer streckenlänge von circa 30 kilometer und dann das ganze dann noch mal im zweiten step komplett ohne rekuperation im gleichen fahrmodus normal so dass wir dann zwei vergleichbare fahrten haben die komplett identisch sein sollten bis auf das thema rekuperation ist jetzt keine a b a strecke aber aufgrund der komplett identischen topographie der beiden fahrabschnitte gehe ich einfach davon aus dass wir das andere alles vernachlässigen können ja wir haben hier jetzt nicht so viel topographie als dass ich jetzt glaube dass ich hier eine a b a strecke fahren muss wobei das könnte man überlegen aber dann wer wer die strecke eigentlich nur über die autobahn und das ist dann auch quatsch so von daher fahren wir gleich mal los wie gesagt geht jetzt warten wir in den verkehr ab der hier gerade der feiern verkehr sondern ja ab auf die autobahn und dann über die landstraße zurück so wie freundlich da hat jemand für mich die ampel war eben die fußgänger ampel auf rot geschaltet und somit kann man gleich loslegen ich nutze selbstverständlich der limiter ich fahre so dass ich hier so sitze hier lauf den limiter auf 80 stelle auf der autobahn auf 130 auch wenn die autobahn freigegeben ist bringt aber meiner meinung nach nichts wenn ich jetzt da wie so ein irrer mit 170 lang fahr 170 ist der ionic abgeregelt und auf der landstraße je nachdem jetzt hier in diesem fall eben 70 dann würde ich noch 80 stellen und bei 100 würde ich noch von 110 stellen so soweit es möglich ist dann auch diese 110 zu fahren also es gibt euch aus landstraßen da ist das erlaubt aber ein wenig sportlich zu sehen 110 zu fahren so hier geht es darauf die autobahn abfahrt stehen einige autos müssen berufsverkehr hoffe dass die autobahn dementsprechend frei ist ich werde obwohl die autobahn freigegeben ist nicht schneller fahren als tacho 130 das dient der vergleichbarkeit und auf den meisten autobahnen ohnehin inzwischen ein tempolimit von 120 kmh ist werde ich an der stelle nur die 130 kmh tacho fahren bringt meiner meinung nach auch gar nichts für das ergebnis wenn ich jetzt hier an der stelle mit 170 durch die weltgeschichte wandel außer dass der verbraucher zum höher ist aber aber ergebnis nichts beiträgt strecke ist so ich fahrt die a27 richtung guxhafen hoch und werde die ausfahrt nach sparen werde ich mein dass es nicht gleich so sicher vielleicht so sehr lang wenn ich neben werde dort runterfahren über die landstraße wieder zurück das ist dann die menschmehr die alte b6 und ich bin genau da vorbei wo ich gestartet bin werde kurz anhalten kurzen kurzen zwischenstand geben werde dann die rekuperation auf null stellen und werde die strecke wieder erneut fahren streckenlänge weiß ich gar nicht hätte ich mal resetten sollen muss ich mal gleich bei der anderen fahrt machen das hätte ich jetzt gerade mal natürlich völlig verfälscht anhaltsweg habe wie weit das überhaupt ist habe ich jetzt einfach mal resetet also melde mich von unterwegs ja das merkt man jetzt hier auch schon also ich fahre wirklich 130 und hier fahre alle selbst die caddies schneller als ich und das ist genau so ein fahren was ich sonst hätte wenn ich mit 110 fahrer wo 120 erlaubt ist also unter dem limit bleibe und die dann von hinten kommen und ständig überholen wollen und drängen wollen also ich bin echt beschäftigt damit in den rutschspiegel zu gucken ja ja leckeres festhalten danke das ist schon nee das ist nicht anstrengend das ist halt aufwendiger ich muss die ganze zeit nach hinten kommen kann ich jetzt nach vorne kommen lkw das geht jetzt mit der vollen reku stufe geht das noch alles sehr gut aber ich glaube wenn ich dann noch vorausschau und erfahren muss das kenne ich ja aus dem anderen video und dementsprechend jetzt schon rollen lassen würde und dementsprechend das tempo auszunutzen und ihr wisst was ich meine bis ich natürlich viel früher schon anfangen habe in den rückspiegel zu gucken vielleicht die Fahrspiele zu wechseln oder bin ich ganz gespannt nachher wie das sein wird wir sitzen jetzt hier gerade um 16.47 Uhr im Auto mitten im berufsverkehr also wollte ich ja auch bewusst so und ja wie gesagt das ist schon ein anderes fahren als das was ich sonst gewohnt bin und ich fahre schon 130 also da möchte ich gar nicht wissen wie das dann ist wenn ich mit 110 hier lang fahren würde und dann geht es runter und dann muss ich mal gucken dass ich dann irgendwie ich muss ja rechts abbiegen ja wie gesagt ich fahre das hier selten aber ja Richtung Lüberstedt ist und das passt schon verbraucht derzeitig 15,7 bei Tempo 130 fahren wir jetzt hier mal runter dann geht es über die Landstraße zurück aber so ungefähr habe ich mir das vorgestellt das vom Tempo her passt das schon das geht doch alles gut hier das so also ich möchte Richtung Lüberstedt also nach links hoffentlich ich meine das ist richtig wir werden es sehen ansonsten muss ich die gleiche falsche Tour da hätte ich auch früher blinken dürfen blinkt er? ja sonst muss ich die gleiche falsche Tour nachher nochmal drehen ähm das wird uns überraschen das ist echt eine Gegend da fahre ich mit euch jetzt gerade das erste Mal lang bewusst bin ich hier noch nicht lang gefahren glaube ich überlege gerade ob ich das andere Video hier hätte lang fahren können aber äh ne jetzt ist es in Ordnung jetzt so also ich weiß ja wo ich hin will ähm geht es halt über die Dörfer zurück hauptsache ich habe mir das so richtig überlegt hier ansonsten auch wieder sehr idyllisch finde ich also Landstraße hier durch so eine Allee das ist doch ist doch schön wir fahren gerade mitten durch Wulzbüttel und da bin ich selbstverständlich schon mal lang gefahren das war nämlich auf der anderen Tour irgendwie bin ich dann nach Wulzbüttel gekommen also es fällt mir gerade auf als ich hier reingefahren bin und da stand Wulzbüttel Ferienort und da geht es jetzt hier gleich raus ein bisschen geschwungen ne also das hier das äh war definitiv ähm Inhalt der Tour ähm zum Reifendruck da habe ich hier lang gefahren hatte eine längere Strecke gewählt ähm hätte ich glaube ich gar nicht gemusst war ursprünglich gar nicht mehr im Plan dachte mir ähm ich äh schwänze mal wieder ein bisschen habe mich dann glaube ich noch über diesen ähm über diesen rußwerfenden Stinker ähm echauffiert mehr oder weniger und plötzlich bin ich an der Auffahrt vorbeigefahren Abfahrt ja das war im ersten Video somit muss ich eine Weile eine Autobahnabfahrt weiterfahren nach Hagen und bin dann über Hagen nämlich zurück hier auch über Wulzbüttel ähm ja so ist das dann manchmal also wenn ich dann zu viel quatsche so wie ich es äh gerne tue da passt man auch schon mal eine Abfahrt und das äh Ergebnis ist dann eine viel längere Tour als das was man ursprünglich vorhatte und ähm boah gut das Ergebnis hat man dann ja gesehen ja das kann man hier gerade echt wirklich richtig schön genießen also die Sonne scheint so ein bisschen durch die Bäume man sieht das hier ist so ein bisschen herbstliche Stimmung draußen sind 22 Grad total cool ähm hin und wieder sind es äh Passagen mit 110 kmh dann mal wieder mit ähm 80 kmh ja das ist echt total entspannt das ist ein ruhiges dahin gleiten also ich habe mich gerade echt so ein bisschen dabei erwischt wie ich so ein bisschen vor mich hingeträumt habe ähm macht schon Spaß so ein Elektroauto das kann ich jedem empfehlen einfach mal auszuprobieren ähm muss ja nicht unbedingt ähm gleich kaufen ähm es gibt viele Leute die haben halt echt ganz viele Vorurteile und ähm da kann ich einfach nur empfehlen bevor man mit Unwissen glänzt an der Stelle probiert es aus leitet euch eine Zoe die gibt es gerade für 24 Stunden zum Testen ähm und probiert die E-Mobilität einfach mal selber aus also das hat überhaupt nichts schlechtes an sich das ist ein komplett entschleunigendes Fahren total ruhig unangestrengt weil die ähm Kraft stets vorhanden ist also ja macht einfach nur Laune so jetzt haben wir es gleich auch schon geschafft ähm da kommt gleich wieder die Fußgängerampel diesmal von der anderen Seite ähm war genauso gewollt äh ich hatte auch bei der Tankstelle wo mein Triple Charter steht ähm starten können habe ich mich bewusst gegen entschieden ähm weil ich sonst immer so einen dogen U-Turn fahren muss von daher habe ich mich entschieden genau hier anzuhalten an dieser Bushaltestelle und von hier auch aus aus zu starten so halten wir mal eben an Holt Funktion aktiviert ähm und ich nehm euch mal eben mit jetzt äh wenn gleich mein Finger schuld ist äh entschuldige ich ein bisschen ne ich hab's geschafft ohne Finger so das ist das Ergebnis 14,2 ähm und fahr Info ah das war's jetzt es waren 31,7 ich hab ein bisschen spät gestoppt Durchschnittsgeschwindigkeit 90 kmh ähm und wir waren 22 Minuten gerade unterwegs so das hier werde ich jetzt gerade mal resetten so ähm das werde ich jetzt resetten so so dann hänge ich euch mal eben wieder zurück so und mach die Rico komplett raus und fahr dementsprechend wieder los so so ab geht's zur Autobahn so und dann drehen wir den ganzen Turn mal eben nochmal so und jetzt geht's hier schon los ich weiß weil ich mich hier auskenne dass da vorne jetzt gleich ähm irgendwann meine Ampel kommt ich lasse jetzt schon rollen wenn auch noch bei 75 kmh was mir eigentlich schon so ein bisschen widerstrebt ich habe auch keine Lust jetzt mal eben wieder Strom zu geben damit ich auf 80 kmh komme weil ich gleich dann bremsen muss so hier ist doch 70 kmh erlaubt ich rolle ich rolle ich rolle jetzt derzeitig mit ähm muss ich mal gucken 70 kmh oder so 71 genau ähm ähm und muss trotzdem mit Steck bremsen so so bin jetzt schon auf dem Bremspedal weil das muss man natürlich hier äh berücksichtigen dass vor einem Auto stehen die dementsprechend auch bremsen und ähm von daher wie gesagt ich bin doch noch nicht so ganz überzeugt auch wenn der Wert gerade bei 10,1 ist aber ich bin doch gerade erst gestartet so der wird gleich ganz schnell hoch gehen weil jetzt geht es wieder auf die Autobahn rauf der Limiter wird wieder auf 130 gesetzt ja und dann melde ich mich wieder von unterwegs das meine ich jetzt gerade vor mir ist ein LKW da weiß ich wie schnell der ungefähr ist hinter mir kommen aber Autos und dementsprechend muss ich jetzt hier gerade jetzt hinter mir auch noch Gas muss ich mal Gas geben damit ich dementsprechend jetzt binkt es weil ich kurzzeitig über 130 war ähm also äh das ist jetzt echt weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht nicht so meins nicht so meins jetzt wieder das gleiche ich roll die ganze Zeit nur muss jetzt beschleunigen um in die Lücke rein zu kommen so schließt er jetzt mit mir hinten auf und ich kann wieder raus ja das war jetzt ein bisschen unproblematisch da aber trotzdem dieses allgegenwärtige checken kontrollieren ähm vorausschauen ähm deutlich unentspannter als sonst habe ich in der Stadt auch gehabt also es ist einfach ich gucke gern vorausschauen aber so extrem vorausschauen zu fahren dass ich wirklich einschätze was passiert nicht vor mir sondern davor noch ähm das ist dann einfach irgendwie für mich dann auch schon irgendwann noch schon anstrengend also anstrengend im Sinne von da muss ich echt das was ich eben hatte so ein bisschen auch so ein bisschen vor mich hin zu träumen und so weiter und die Landschaft zu genießen ähm hatte ich dann da eben nicht so 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 Autobahn haben wir gleich schon wieder geschafft das heißt ich gehe jetzt vom Gas weil ich definitiv nicht an dem LKW da vorne mehr vorbeikomme und lasse ihn einfach nur noch Richtung Ausfahrt rollen ähm ähm werde trotzdem wahrscheinlich ja vielleicht schließe ich sogar jetzt auf bevor mir der ist nochmal reingeschert ja die schieben die es nicht auf aber ich muss doch ganz verzögern also ich bin jetzt bei 117 kmh so soweit vorausschauen kann man ihn gar nicht fahren als dass ich jetzt ähm hier reingerollt wäre mit einer Geschwindigkeit x also ich bin jetzt immer noch bei 90 kmh so sollte jetzt mal hier ein bisschen bremsen 70 75 kannst du auch nur machen wenn du dementsprechend ähm Reifen und Fahrwerk drin hast ne also so und hier muss ich dann trotzdem jetzt gerade bremsen und das fahren wahrscheinlich auch jetzt sogar bremsen und nicht mehr Rekuperation so also gucken fahren weiter geht's Landstraße Landstraßentempo hier ist ähm größtenteils ähm auch 70 kmh sieht man das hier vorne gleich auf dem Schild aber durchaus auch 100 kmh da werde ich dann auch so immer mal ein bisschen spielen mit den Geschwindigkeiten also ich werde jetzt nicht einfach ähm die 70 kmh durchgängig fahren sondern dementsprechend einfach auch mal 100 da wo es erlaubt ist oh man das ist aber auch jetzt ärgerlich ähm hier ist Tempo 70 jetzt gerade wir fahren Tempo 30 ich guck gleich mal eben ähm wo wir am Ende von der Geschwindigkeit landen ey sind hoffentlich ach das meine ich jetzt also da kommt wirklich gar nichts gerade und er traut sich auch nicht zu erholen und oh 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 und das ginge so gut jetzt fahrt doch vorbei Mensch hätte ich jetzt was gesagt aber nein er bremst wieder und ach ja das ähm kann jetzt doch wirklich ein bisschen dauern ähm das ist natürlich maximal ärgerlich an der Stelle und ähm was soll ich tun höhere Gewalt jetzt fährt er vorbei oh 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 hätte er auch vorher haben können ähm ja gut gucken wir mal wo wir am Ende landen ähm ob das Ergebnis dementsprechend zu sehr verfälscht ist das war jetzt gut zwei drei minuten die wir hinterher gefahren sind abwarten ja also wirklich so weit voraus zu gucken dass man da hinten schon die Schilder sieht und dementsprechend einfach reinrollen zu lassen ähm das geht am Tag vielleicht merke ich gerade ähm aber in der Nacht hat man da keine Chance also da lobe ich mir dann doch ähm diese neu entwickelnden Navigationssysteme wie sie jetzt im EQC auch kommen ähm ähm der mir dann schon den Hinweis gibt ja ja macht doch Sinn wenn du jetzt schon den Fuß hebst weil dementsprechend da vorne ähm ein Geschwindigkeitslimit von 50 kmh ist das macht an der Stelle natürlich maximal Sinn ähm hab ich jetzt hier nicht drinne von daher ähm muss ich versuchen mit meinem ähm Silberblick so weit nach vorne zu gucken dass ich sehe ah ok jetzt war grad 50 das ist da vorne 70 wahrscheinlich und ähm ein graues Schild wird das aufheben eines Tempolimits sein sprich Landstraßentempo von 100 kmh jetzt da vorne blinkt der wir haben viel Verkehr na geh ich vom Gas oder nicht ähm da ist das aufgehobene Tempolimit dann was ich eben erwähnt habe jetzt gibt der vor mir keinen Gas ja das ist also man muss ganz ganz anders fahren ne also es ist mehr Arbeit finde ich für mich persönlich es mag den ein oder anderen da draußen geben der fährt halt den ganzen Tag so also ohne Rekuperation und für den ist das das normalste der Welt und der findet halt auch keine Anstrengung dabei weil er eben genau das jeden Tag macht es ist halt für mich echt gar nichts ne ähm ich bin lieber der der dann mal eben den Fuß vorm Strompedal hebt und das Auto mal eben um Rekuperieren lässt also Tempo rausnehmen lässt ähm das ist deutlich entspannter für mich bin jetzt mal entspannt wo gleich landen das ist eigentlich nicht mehr weit guck mal vorne ähm und dann gucken wir uns das Hager-Anlassergebnis so da hinten erkennt man schon die Fußgängerampel das heißt ich lasse jetzt einfach schon einfach mal rollen ähm um dementsprechend ähm mit einem angenehmen Tempo anhalten zu können so und das hatte der auch vor so also ich hab mal die Parkposition eingestellt ich nehm euch jetzt mal eben mit das war meine Hand an der Stelle so Ergebnis ja seht ihr 13,6 gegenüber 14,2 das ist nahezu das Ergebnis was ich auch erzielt habe als wir durch die Stadt gefahren sind da war es nachher auch ein Unterschied von 0,5 zugunsten der Fahrweise ohne Rekuperation äh Quatsch was mach ich denn hier so ähm Fahrtinfo A wir haben jetzt den Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 ähm 27 Minuten oben jetzt die korrekten Kilometer sind 36,7 an der Stelle das heißt ähm jetzt geht es natürlich runter weil ich noch im Stehe also 85 waren es eben 5 kmh ist glaube ich vernachlässiger das war das Thema Trecker gehe ich davon aus ähm ähm ja also auch hier das Ergebnis was ich jetzt mal eben zusammenfassen werde ja 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 also das Ergebnis auch an dieser Stelle ist ähm fahren mit fehlender Rekuperation jetzt habe ich das gerade noch so hingewogen bekommen ähm ähm ist sparsamer das ist jetzt in der Stadt so gewesen das ist jetzt über Land und ähm Autobahn so gewesen wobei ich da gedacht hätte ja vielleicht merkt man es nicht so doch merkt man noch genauso ähm sind auch in diesem Falle sogar 0,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ähm gegenüber 0,5 bei der Stadtfahrt aber es ist deutlich zu erkennen ähm genau wie bei der Stadtfahrt finde ich aber dass das Thema ähm fahren ohne Rekuperation deutlich anstrengender ist ähm wenn wenn man es ähm wirklich so ausnutzen möchte dass man viel rekuperiert viel also entweder viel rekuperiert oder viel rollt das ist das quatsch ich will ja also vorausschauendes fahren viel laufen lassen viel segeln also das was eigentlich die fahrweise ohne rekuperation ausmacht ist deutlich anstrengender weil man viel vorausschauender fahren muss man muss schon eigentlich erahnen was der übernächste die übernächste handlung eines vorausfahrenden fahrzeuges ist oder einer verkehrssituation ich habe zudem den vorteil dass ich mich hier so ein bisschen natürlich immer dagegen auskennen und ungefähr auch weiß wo die tempo limit sich ändern von 100 auf 70 von 70 auf 50 von 50 wieder auf 70 und so weiter so dass ich vorausschauend dementsprechend schon den fuß vom strompedal nehmen konnte und das ausrollen so ein bisschen forcieren konnte ja was ihr jetzt für euch da jetzt raus nimmt dass das überlasse ich euch tatsächlich auch es ist definitiv ein fazit was wir hier sehen und das hat sich halt bestätigt jetzt in beiden formen fahren mit fehlender rekuperation ist sparsamer ich selber werde trotzdem weiterhin mit maximaler reku fahren dass da bin ich ganz ehrlich das liegt einfach daran dass ich es viel angenehmer fände mit diesem band paddel feeling und dieses band paddel driving das ist so etwas das macht für mich die auch die die mobilität aus und ich mach mal eben hier eben gucken egal so richtig bringt das jetzt gar nichts also die mobilität ist für mich auch dieses band paddel driving dass da hat man beim verbrenner einfach nicht und von daher ja ich behalte es bei ihr könnt eure schlüssel draus ziehen und ja also habt ihr gefreut dass ihr zugeschaut habt hat mich gefreut dass er wieder mit mir die tour gemacht habt gerne daumen hoch wenn es euch gefallen hat ich mache jetzt feierabend frau und meine kleine warten schon auf mich und dann genießen wir noch so ein bisschen gemeinsam den abend ja und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten video mal sehen ich denke war dieses videos werden dann schon die videos sein bei winterkondition ich muss jetzt endlich mal einen termin machen dass ich meine winterreifen auch drauf montieren lassen aber bei jetzt aktuell noch 20 grad wo die sonne gerade untergeht sehe ich noch nicht ein winterräder zu fahren von daher habe ich mir da ein bisschen zeit gelassen und ich denke mal so anfang november ist dann ein guter zeitpunkt auch auf winterräder zu gehen das soll es gewesen sondern an der stelle ich bedanke mich noch mal wiederholen mich da auch gerne gibt mir einen daumen wirklich freuen abonniert meinen kanal wenn es euch gefällt was ich hier so erzähle und ich bin der lichtgestalt wie ihr seht und die bin ich gern für euch und dann demnächst gern wieder in diesem theater